Herzlich Willkommen zur Präsentation von NutriCentals von NuSkin. Mein Name ist Silke Dolezig und ich möchte Ihnen einige wichtige Einzelheiten zu dem Prozess der Alterung mitteilen. Vielleicht verwenden Sie schon die NuSkin-Produkte oder haben sie verwendet. Eine Serie sind speziell darauf abgerichtet, dass sie weiterhin sich wohlfühlen, gut aussehen und auch ihre beste Seite zeigen. Sehen Sie der Wahrheit über Ihre Haut ins Auge. Denn es ist so, Ihre Haut ist auch Ihr Schutz. Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Es hat eine Schutzfunktion und ist die Verbindung zwischen Ihrem Körper und der Umwelt. Die Fakten dahinter, die Haut besteht aus drei Schichten. Das ist die Epidermis, die Dermis und die Hypodermis. Ihre Haut arbeitet ununterbrochen. Die Epidermis ist die äußerste Schicht der Haut. Die Grundschicht der Haut produziert neue Hautzellen. Und während diese Zellen reifen, rücken Sie auf der oberen Schicht, rücken Sie hoch und die Stratum corneum. Dann werden neue Zellen ausgeschieden. Das sind Hautschüppchen. Dies ist ein stetiger Vorgang. Ungefähr alle 28 Tage ist die Epidermis vollständig erneuert. Die Dermis ist die schützende Stich der Haut. In der Dermis befindet sich die Fibroplasten. Diese Zellen sind zuständig für Kollagen- und Elastinfasern. Dennoch ist es so, die Kollagenfasern unterstützen die Hautfestigkeit, indem sie eine netzähnliche Struktur aufbauen. Elastin ist verantwortlich für die Geschmeidigkeit und die Elastizität der Haut. Das sind die Hintergründe. Während wir altern, haben vielleicht einige von Ihnen schon festgestellt, kommen langsam Falten auf die Haut. Wie entsteht das? Der Hauterneuerungsprozess in der Epidermis verlangsamt sich auf natürliche Weise, während wir altern. Weniger Kollagen- und Elastinfasern werden produziert und dessen Netzstruktur wird schwächer. Während wir altern, machen sich langsam diese Dinge sichtbar. Und die Haut verliert, die Dermis verliert an Festigkeiten und Elastizität. Es kann nicht mehr so leicht Feuchtigkeit gespeichert werden. Und es wird einfach so, dass die Haut dünner und trockener wird und manchmal auch Unebenheiten entstehen. So entsteht eine Falte. Jedes Alter hat seine Falten. Die feinen Linien, wenn sie 20 sind, werden zu tiefen Falten, wenn sie 50 sind. Wenn sie 20 Jahre alt sind, beginnen die vertikalen Falten auf der Stirn und diese, die zwischen den Augenbrauen erscheinen, können manchmal sichtbar werden. Die feinen Linien um die Augen sind in diesem Alter kaum merkbar. Bei 30 Jahren, da verlangert sich der Hauterneuerungsprozess schon mehr. Die Haut fängt an, Feuchtigkeitsmangel zu leiden und sie wird empfindlicher. Mäßige Linien fangen an, sich bemerkbar zu machen. Mit 40 Jahren treten die ersten tieferen Falten und Linien aus. Und die Haut trocknet aus und man spürt auch, dass die Elastizität nachlässt. Die kleinen Krähenfüße in der Augenpartie, die Mundwinkelfalten, die feinen Linien um die Lippen und die Fältchen zwischen den Augenbrauen und die Fältchen entlang der Nase werden markanter. 50 Jahre, gerade bei uns Frauen, wenn wir in die Wechseljahre kommen, beschleunigt sich die hormonelle Veränderung, beschleunigt die Hautalterung. Die Haut leidet unter großem Feuchtigkeitsmangel und verliert auch gleichzeitig ihre Festigkeit. Und die Linien, die man mit 20 hatten, werden oft zu tiefen Falten, wenn man 50 ist. In 2001 haben Verbraucher weltweit ca. 40 Milliarden für Pflegeprodukte gegen Hautalterung ausgegeben. Denn ihre Haut verrät ihnen, wie sie sich um sich selbst kümmern. Echte Hautalterungsbeschleuniger sind zwei, gibt es zwei Hauptthemen. Einmal der mechanische Prozess, wenn sie lachen, sich ärgern und so weiter. Und auch der umweltbedingte Stress durch tägliche Sonneneinwirkung, Umweltverschmutzung oder auch Zigarettenrauchen. Mechanischer Stress, ob sie 20 oder 50 Jahre alt sind, der erste Schritt, um die Zeichen der Hautalterung zu bekämpfen und auch ein jugendliches Aussehen zu bewahren, ist es, das faltenverursachende Verhalten zu erkennen. Und das ist zum Beispiel Lachen mit den Augenblinzeln, Stirnrunzeln, die Denkerhaltung, die Hand, den Kopf abstützen und im Grunde diese routinemäßigen Dinge einfach mehr zu lassen. Auch auf der Seite oder auf dem Bauch schlafen, Gesicht mit warmem Wasser reinigen, Gewichtsschwankungen, Zunehmen, Abnehmen, unausgewöhnene Ernährung und Schlafmangel oder Stress und das Rauchen. Umweltbedingter Stress, zum Beispiel durch Sonnenlicht, durch Urlaube, durch Umweltverschmutzung, warme und kalte Luft. Stellen Sie Ihr wahres Gesicht dar. Muskin bietet fortgeschrittene Hautpflegebehandlung, die mechanischen und umweltbedingten Stress sowie die Anzeichen der Hautalterung wirksam bekämpfen. Und zwar gibt es für die ersten feinen Linien bis zu festen Falten True Face Perfecting Gel. Es bekämpft feine Fältchen und sorgt für einen strahlenden Tint, ist besonders gut geeignet als Unterlage, wenn Sie in die Sonne fahren, denn es schützt einfach vor den Alterungsschäden, die durch Sonne entstehen. Der True Face Line Corrector mildert regelmäßig angewandt tiefe Falten in der Mund-, Augen- und Stirnpartie. Er kann angewendet werden mit dem Galvanic Spa und wenn man ihn morgens und abends drei Minuten auf den besonderen Falten belasteten Stellen aufträgt, ist es sehr ergiebig. Das Muskin Perfecting Gel, habe ich Ihnen gerade schon gezeigt, wird sehr gerne genommen, gerade mal in den Monaten vom Sommer, aber auch wenn Sie in Skiurlaub fahren und hilft dabei, ein klares Hautbild zu bewahren. Es mildert das Erscheinungsbild von Fältchen, es gibt einen strahlenden Tint, ist für jede Altersgruppe, wenn Sie 20 und 30, zwischen 20 und 30 Jahren sind. Die Inhaltsstoffe sind Cape Deli, das ist eine Meeresalge aus der Antarktis, die zum Schutz der Kollagen- und Elastinstrukturen beiträgt. Wie funktioniert es? Cape Deli spielt die Rolle eines Schutzwirkstoffes gegen die Einwirkung der Sonne auf die Haut. Wenn die Sonnenstrahlen in die Haut eindringen, lösen sie eine Produktion eines Enzyms aus und dieses Enzym MMP3 zerstört die Kollagenfaser und schwächt somit die Kollagenstruktur. Das heißt, wenn Sie dieses Gel anwenden, schützen Sie damit die Kollagenfasern. Das heißt, es mildert und es fällt Ihnen auf, wirklich einen Unterschied zu spüren. Die Flüssiggretal-Technologie, die ganz klasse aussieht, schön blau oder türkis, versorgt die Haut in regelmäßigen Zeitabständen mit Vitamin A. Die Kristallspirale besteht aus Cholesterilester, der der Haut natürliche Feuchtigkeit schenkt, was ganz, ganz wichtig ist. Vitamin A schenkt der Haut antioxidativen Schutz. Das heißt, es bindet die Feuchtigkeit in der Haut strafft und macht sie geschmeidig. Ginkgo Bilboa sorgt für einen strahlenden Tint und Grüntee und Beifußextrakte beruhigen die Haut. Anwendung täglich und morgens, nach der Reinigung, nach dem Toning oder nach dem Chufes Line Corrector benutzen. Drei Pumpmengen auf Gesicht und Hals. Ich empfehle immer noch auf Dekoté in gerichteten Aufwärtsbewegungen auftragen. Augenlider aussparen und direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Danach eine Nuskin-Feuchtigkeitspflege. Ich empfehle ab 30 die Transformation-Serie oder vorher die Nutri-Sentials, welche eine sehr, sehr gute Pflege ist mit Inhaltsstoffen aus der Nahrung. Der Line Corrector bietet eine ganz gezielte Lösung, wenn es darum geht, tiefe Falten in der Mund- und Augen- und Stirnpartie wegzubekommen und kann man anwenden mit dem Galvanic Spa-Gerät. Es enthält Pro-Kollagene Peptide und es ist eine patentierte, bahnbrechende Technologie und wir haben sehr gute Ergebnisse damit. Ich selber nutze den Chufes Line Corrector sehr, sehr gerne, denn es ist eine natürliche Möglichkeit, Fältchen zu lindern. Es ist sanft zur Haut und ist für 30, 40 oder 50 Jahre empfohlen. Kann mit allen anderen Produkten kombiniert werden. Die wahre Kraft der Inhaltsstoffe zeigt sich, dass sie eine Umkehrsignale, dass sie Umkehrsignale gegen den Alterungsprozess geben an die Kollagene und dadurch wirklich die Fältchen mindern. Das heißt, das ist sozusagen, die Peptide fungieren als Kommunikationsträgersubstanz zwischen den Zellen in unserem Körper. Man kann sie mit einem Schlüssel vergleichen, den man zum Starten eines Autos benötigt. Die Peptide sind der Schlüssel, der die Fibroplastzellen zum Starten der Kollagenproduktion anregt. Also damit regen sie auch wirklich massiv die Kollagenproduktion an, was in einem schönen faltenfreien Gesicht dann zu sehen ist. Hier sehen sie nochmal, es zieht leicht in die Haut ein und kommen auch wirklich in die Schicht, wo die Fibroplasten sind. Und so, hier sehen sie das. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Es gab bereits Studien und sie sehen selber, wie die Auswirkung ist. Und das für eine natürliche Maßnahme ist sensationell und ich kann es sehr empfehlen. Morgens und abends nach der Reinigung und dem Tonic anwenden. Das heißt, True Face, Skin Perfecting Gel und Line Corrector sind die ersten Maßnahmen, um der Alterung vorzubringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen faltenfreien Tag.